Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen willkommenen, einen vollkommenen und einen richtig geilen Samstag. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und hoffe wie immer, dass ihr gute Laune habt. Jetzt kommen wir zu Champions Raten. Da habt ihr auch immer sehr sehr viel Bock drauf. Heute ohne spezielles Thema, das heißt nicht top dies, top das. Es könnte also legit jeder Champion sein, dadurch das Ganze etwas schwieriger. Allerdings sind die Tipps glaube ich insgesamt etwas einfacher. Und ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen und für jeden Champion den ersten Tipp so eingerichtet, dass ihr auf den Champion kommen könnt. Meistens war es ja beim ersten Tipp, dass das 3, 4, 5, 6, 7 Champions sein können. Hier könnt ihr, wenn ihr wirklich Wissen und Knowledge habt, direkt auf den Champion kommen. Aber es ist trotzdem deswegen nicht einfach. Das Ganze natürlich wieder mit dem Punktesystem. Das heißt beim ersten Champion Tipp, den ihr erratet, bekommt ihr 4 Punkte. Beim zweiten Tipp bekommt ihr 3 Punkte. Beim letzten Tipp bekommt ihr dann nur noch einen Punkt. Der letzte Tipp ist meistens auch relativ auflösend. Bevor wir allerdings mit dem Raten anfangen, eine kleine Sache nochmal vorher weg. Ich bin jetzt Topcrafter LPTV und spiele super gerne Minecraft. Macht mir richtig, richtig viel Spaß und hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Und ich weiß natürlich, dass der eine oder andere wahrscheinlich so sagt, ja ne Tobi, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Es wird wahrscheinlich demnächst mal ein Video über Minecraft auf meinem Kanal kommen. Wahrscheinlich geschnitten, das heißt nicht so ein Uncut oder sowas. Und ich würde mich freuen, dass wenigstens ihr dem Video mal eine Chance gebt. Das heißt, selbst die Leute, die mit Minecraft nichts anfangen können. Denn ich muss sagen, es ist glaube ich schon ziemlich lustig. Ich intel sehr, sehr viel in dem Game. Und ich glaube, es könnte sogar Leute, die wirklich mit Minecraft überhaupt nichts zu tun haben, wirklich Spaß machen. Ihr könnt dem Ganzen ja wenigstens einmal einen Versuch geben. Und jetzt fangen wir auch mit dem Video an. Champion Nummer 6. Tipp Nummer 1. Ich habe ein Spell, der Slot, einen, der Rooted und einen, der Stunt. Das sind nicht so viele Champions, aber jetzt muss man wirklich sagen, das sind halt 144 Champions, die man jetzt abklappern muss. Und bei dem Tipp gebe ich zu, könnten es wahrscheinlich auch mehrere sein. Aber ja, das ist dann vielleicht eine Ausnahme. Ein Spell ist ein Blink. Oh Gott, das ist doch voll schwer, glaube ich. Das kam mir beim Raussuchen so einfach vor. Also nochmal. Ein Spell der Slot, einen, der Rooted, also festhält. Und einen, der Stunt. Und einen, der Blinkt. Ein Spell davon kann mich heilen. Aber nur mich. Und der letzte Tipp. Alle meine Spells haben ein blaues Icon. Okay, jetzt kommen wir in eine gewisse Richtung. Blau. Blau, blau, blau. Na, ich glaube, jetzt ist es klar. Boah, hier müssen wir direkt sagen, war das sau schwer jetzt schon oder voll einfach? Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, weil es ja legit jeder Champion sein kann. Na gut, es ist auf jeden Fall Lissandra. Ähm, ja. Sie kann mit der Q slown. Sie kann mit der W routen. Sie kann mit der Ult stunnen. Und ihre E ist natürlich logischerweise ein Blink. Mit der Ultimate kann sie sich auch selbst heilen. Und alle ihre Spells sind blau. Ja, damit relativ einleuchtend. Der nächste Champion. Vielleicht sollte ich die Lane vorgeben. Den tue ich nicht. Dann ist es so, wie es ist. Der Fluss ist mein Zuhause. Tipp Nummer 2. Meine Haut ist dick und zäh. Tipp Nummer 3. Lass mich dich schmecken. Und Tipp Nummer 4. Ich esse einfach alles. Ich glaube, das ging aber schon, ne? Ich rede immer so viel da rein, aber ich finde es irgendwie lustig. Ja, okay. Ähm, wir lösen auf. Und zwar... Also, der Fluss ist mein Zuhause, denn wir reden über Tam Kench. Und seine Bezeichnung ist Tam Kench, the River King. Also, der Flusskönig. Naja, und deswegen Flusskönig zu Hause. Das passt ja wohl, ne? Wahrscheinlich hat der ein oder andere noch gesagt, so River Shen oder sowas. Meine Haut ist dick und zäh. Seine W ist das, glaube ich. Dieses Schild, das heißt tatsächlich Thick Skin. Und ist ja auch dick und zäh. Er ist ja so ein Fischwelskatzen-Ding. Lass mich nicht schmecken. Das ist natürlich seine Q mit der Zunge. Und ich esse einfach alles, ist seine W. Na, er kann Legend wirklich alles essen. Außer vielleicht den Baron und Dragon, aber und Türme. Na gut. Na gut, weiter geht's. Was ist eigentlich, wenn er Tibbers isst? Brennt der dann von innen? Keine Ahnung. Denn er ist der Champion. Dieser Spell blockt sämtliche Spells und kann sogar noch mehr. Also, ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Ich habe nur gesagt, dass ihr mit diesem Tipp auf diesen Champion kommen könnt, ja? Also ja, ich habe gesagt, die Tipps werden einfacher als sonst. Vielleicht ein bisschen. Könnte sein. Möglicherweise. Ich lehre dir das. Fürchten. Fürchten. Fürchten, fürchten. Beim nächsten Tipp, ich weiß gar nicht, welche Champions euch direkt einfallen, sagt einfach mal. Weil ich glaube, es gibt gar keine anderen Champions. Ich habe keine Beine. Ich meine, gibt es viele Champions, die keine Beine haben? Legit. Ich glaube, mir fällt nicht einer ein. Also doch einer. Den, den ich ja habe, aber sonst. Und Tipp noch auf hier. Nachts ist es kälter als dunkel. Ja, ich weiß, der geht anders. Aber ich habe es extra noch für die Dummies ein bisschen abgewandelt. Denn wir reden hier über Nocturne, ne? Seine W ist nämlich dieser Schild. Und das kann nämlich alle Spells blocken. Und sogar noch mehr. Es gibt nämlich Attack Speed. Da habe ich euch ein bisschen geholfen, denn... Also, klar, okay, da hätte man vielleicht auch Sivir nehmen können, weil das Sivir-Schild auch sogar noch Mana gibt, um fair zu sein. Aber zum Beispiel das Black Shield ist nur Black Shield, ne? Und Wind Wall zum Beispiel ist nur Wind Wall. Naja, deswegen, dieser Spell, ja, der konnte schon mehr. Ich lerne dir das vorhin, das ist natürlich sein E. Da kann er vieren. Aber ich merke schon, vielleicht muss ich noch ein bisschen präziser werden. Aber ich will ja auch nicht leaken, ne? Letztens hat mir einer geschrieben, ich soll bei Arsia sagen, ja, äh, wurde, ist gestorben und ist wiedergeboren. Da weiß ja sofort jeder, dass Arsia ist. Äh, ich habe keine Beine. Ja, Leute, fallen euch irgendwelche Champs ohne Beine ein? Und nachts ist kälter als draußen, ist wahrscheinlich auch klar. So! Scheiße. Bei dem ersten Tipp hier habe ich mir gedacht, Leute, ihr müsst mal Risiko gehen. Das heißt, wenn ihr wirklich die vier Punkte haben wollt, müsst ihr Risiko gehen. Äh, ja. Ich habe Hufe. Also hier könnt ihr, müsst ihr wirklich raten, falls ihr Risiko gehen wollt. Also falls ihr die Punkte haben wollt. Wollt ihr vier Punkte, geht all in. Und ihr kriegt danach vielleicht gar keine mehr. Oder nicht. Außerdem hatte einen Geliebten. Oh, jetzt wird es schwer für die Leute, die Herr Karim gesagt haben. Ai, ai, ai. Vielleicht hat Herr Karim ja auch einen Geliebten. Ich weiß nicht. Wenn du stirbst, bekomme ich Attack Speed. Und die letzte Aussage. Pfeil und Bogen. Ist das zu schnell? Vielleicht. Ich weiß nicht. Sonst mache ich immer ein bisschen langsamer. Ich weiß es nicht. I don't know. Es ist sauspät, Leute. Es ist halb elf abends bei mir gerade. Also bitte. Ja, also Varus hat tatsächlich Hufe. Wahrscheinlich wussten die meisten das von euch gar nicht. Aber Varus ist ein fucking, ich wollte erst Nilpferd sagen, aber so ein, ja, so ein Pferdeding irgendwie. Also der hat Hufe. Und er hat den Geliebten, das weiß man aus seinem Video oder so einer Story. Das kann man so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es in der Lore steht. Aber es gibt ein Video, wo er tatsächlich so einen Dude hat. Und ja. Die werden, ich glaube, entweder erst stirbt er oder der andere oder irgendwie so. Und dadurch wird Varus, fällt dann in so einen Brunnen und wird ganz mad und was weiß ich. Ich glaube, er will denen dann rechnen und braucht Power. Irgendwie so in der Richtung. Ja, wenn du stirbst, dann können ich Attack-Speed. Das ist natürlich die Passive und Pfeil und Bogen. Da muss ich ehrlich sagen, es ist mir überhaupt nichts mehr einzig gefallen zu Varus. Und ich wollte es einfach aufhören. Weiter geht's mit dem zweiten Champion. Meine Passive heilt mich um 20% des verursachten Schadens. Also da, Leute, jetzt mal ehrlich. Hand auf den Tisch. Beziehungsweise Hand aus der Hose. Also hier gibt's ja wirklich jetzt nicht Champions, wo man sagt, also da ist jetzt klar eigentlich hier, oder? Oder ich habe einen Execute-Spell. Warum kann ich eigentlich nicht fliegen? Das ist Tipp Nummer 3. Und Tipp Nummer 4. Ich kann mehrere Gegner stunnen. Es handelt sich hierbei um Morgana. Ja, ihre Pässe feilt sich. Äh, sie. Äh, sie. Ihre W ist tatsächlich ein Execute-Spell. Das heißt, je weniger HP die Gegner haben. Ne, Execute hört sich immer so an, dass der Kopf direkt rollt. Aber je weniger HP die Gegner haben, umso mehr Schaden bekommt sie. Das sind Execute-Spells. Ja, warum kann ich eigentlich nicht fliegen? Also, um das mal aufzuklären. Morgana hat sich ja ihre Flügel auf den Rücken festgebunden, um zu zeigen, dass sie so ist wie die Menschen. Ne, nicht, dass sie ist nicht abgehoben wie Kay. Kay ist ihre Schwester, sie ist abgehoben, weil sie fliegt legit. Und Morgana sagt sich, jo, ne. Aber deswegen kann sie halt auch nicht fliegen. Und ja, ich kann mir ja Gegner stunnen. Das Ultimate sollte eigentlich auch klar sein. Und damit kommen wir zum letzten Champion. Und also der erste Tipp, den habe ich sogar schon mal gebracht, muss ich sagen. Aber der ist so obvious. Und ich erwarte, dass ihr das jetzt erratet. Tipp Nummer 1. Meine Diplomatie, aka Diplomatie, ist das Schwert. Haben Monster kein Blut? Fragezeichen. Also, so ein Golem hat letztlich kein Blut. Also, wenn ich jetzt noch so drüber nachdenke. Also, ja, und ich weiß ja nicht, was im Grom drin ist. Vielleicht ist da so Steinflüssigkeit drin oder so. Ne, der ist ja irgendwie so mutiert. Pilzflüssigkeit, dann ist das ja auch kein Blut. Keine Ahnung. Tipp Nummer 3. Der Weg des Assassinen. Der Assassination. Wie wir in Französisch sagen. Le Alfiturum de Potato de Apfel. Le Fromage der Käse. Und Tipp Nummer 4. Schnell, unsichtbar, tödlich. Abonnieren Sie noch heute. Also, ich finde, das war so wie so ein Slogan, oder nicht? Also, so ähnlich, so ein bisschen. Also, angeben, das Slogan. Hierbei handelt es sich natürlich um keinen anderen Champion als Talon. Und seine Q ist nämlich die noxische Diplomatie. Den Tipp gab es, wie gesagt, schon mal. Seine Passive geht nicht auf Jungle Monster. Deswegen haben die auch kein Blut, obviously. Obwohl ein Wolf ja eigentlich schon bluten sollte. Also, ich schwöre euch, wenn Talons Passive mal irgendwann auf Monster geht, ich werde Jungle Ultra ODP. Ja, der wäre zu broken im Jungle. Deswegen geht das auch nicht. Ja, der Weg des Assassins ist Assassins Path. Das ist seine E. Da, wo er über drüber springt und schnell, unsichtbar, tödlich. Das ist natürlich seine Ultimate. Das war's mit dem Raten. Droppt mir bitte. Also, ihr könnt oben rechts eure Punkte angeben. Droppt mir bitte, wie die Tipps waren. Waren sie? Ihr müsst das... Für mich ist das übel schwer, einzusortieren. Ich kann nicht sagen, yo, das war... Also, ne? Ich kenne ja die Champions, worüber ich die Tipps mache. Bei euch, ihr müsst halt 140 Champions abklappern. Und ich sag, ist sau einfach und es war vielleicht sau schwer. Sagt bitte, droppt euer Feedback. Droppt, welchen Tipp ihr besonders gut fandet. Oder wo ihr ein Champion erraten habt. Direkt vielleicht auch beim ersten Tipp. Und, außerdem... Ähm... Wollte ich noch irgendwas sagen, was ich jetzt vergessen habe? Scheiße, 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 scheiße. Ach so. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich ein Rätselraten machen. Das heißt, es wird sehr schwer werden. Das kann ich jetzt schon mal ankollen. Und es werden viele, viele Rätsel. Das heißt, nicht so von wegen, ich hab nen Hut oder so. Sondern, ich kann Schilden, hab aber kein Schild. Ich kann angreifen, oder mit Stahl angreifen, hab aber kein Schwert. Sowas in der Richtung. So. Ist bestimmt auch cool. Ähm, ja. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ich hab euch lieb. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und Hand aus der Hose. Tschüss. Schilden, schilden, schilden.